guten tag liebe community grüß euch ja sebastian dao garageninvestor prediger oder kapitalist hätte ich jetzt beinahe gesagt ich habe euch doch schon wie oft da draußen gesagt liebe coaches hört auf hört auf beef mit mir anzufangen wenn einer den beef anfängt dann der wohl ich ganz lustige sache irgendwann zu meinem immoproneur video wie ich diese veranstaltung empfunden habe gab es plötzlich einen kommentar von jemandem auf dem ich auf den ich schon sehr oft hingewiesen wurde ich soll mal was dazu machen aber ich hatte keinen bock im floh zirkus mitzuspielen ja ich bin ja wenn dann im immobilienzirkus und was soll ich jetzt im floh zirkus ja und aber nachdem dann der sebastian dao bei youtube ein kommentar hinterlassen hat war natürlich wie sagte es letztens ein anderer coach blutrausch ne blutrausch ist es jetzt nicht aber da war natürlich mein kampfgeist geweckt sebastian dao hat nämlich hier geschrieben unter mein immoproneur video das ist kein fairer umgang wenn jemand kritik an einem kritiker übt wäre es geheuchelt christ kritik mit hasta la vista baby zu beantworten ich weiß ich muss es auch acht mal lesen bis ich es verstanden habe also er meint wenn jemand an mir dem kritiker kritik übt wäre es nicht fair wenn ich einfach nur sagen würde ja leck mich noch am arsch so ungefähr aber wie ich persönlich mit kritik und beleidigung umgeht das wisst ihr doch oder ich meine ich verlinke mal das video hier oder hier keine ahnung auf jeden fall erscheint jetzt da seht ihr wie ich mit kritik umgehe ja von schlümpfen und naja und dann sagt er ob ich fragt er mich ob ich damit sachlich umgehen könnte er hätte so einiges an kritik habe ich mir gedacht er hat also kritik am anticoach wissen sie was das geile ist am kritisieren wenn du weißt was wollen sie dir wollen sie sich beleidigen als kanacke wollen sie sagen du bist ein lügner betrüger also wenn da draußen einer ist der mir nachweisen kann dass ich ihn betrogen habe sehr herzlich eingeladen die ist öffentlich kundzutun mit nachweisen und dann wollen wir mal sehen ja ob es da überhaupt irgendwas gibt das ist das schöne ja wenn man in einem massivhaus sitzt kann man schön mit steinen werfen glashaus sollte man das nicht machen weil sonst sieht das so aus wie weißt du nordkorea südkorea weißt du kim jong-un ja der immobilien szene mit seinen atombomben und südkorea weißt du hier der der garageninvestor schrägstrich prediger schrägstrich unternehmer schrägstrich kapitalist ja spaß beiseite wir haben uns freundlich ausgetauscht also an dieser stelle respekt der sebastian hat mir dann geschrieben ja und hat dann ein paar dinge kritisiert ja ich will euch jetzt nicht die ganze e mail lesen das ist die erste und das hier ist zum beispiel die zweite schaut mal wie lange ich deswegen habe ich nur passagen für euch markiert also was er gut findet ist wenn dann fände ich es gut wenn man kritik an seiner fachkompetenz übt sofern man selber was dazu sagen kann bei alexander rau beispielsweise ist es einfacher auch über seine fachkompetenz zu kritisieren denn diese ist nachvollziehbar er nicht da schreibt er hier ich hatte auch wieder den ganzen abend diskutiert haben wohl mit dem viele leute auf dem kongress aber der würde einfach nicht von von seiner überzeugung wegkommen dass die dieses wirklich gut sind und er da schreibt auch hier er wäre selbst unsicher ob es für ihn nur eine marketing sache ist oder ob der junge das wirklich so naiv ist und wirklich glaubt dass seine dienst gut sind aber gut dafür gibt dazu gibt es schon genug andere videos von mir ich verlinke mal wieder eins hier oben ja so und im großen ganzen hat er hier viel geschrieben bla 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 und schreibt dann ich sollte doch den leuten die möglichkeit geben stellung zu beziehen vorher über thomas knedl und seine werbeversprechen habe ich ja auch oft genug geredet habe immer 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 nur öffentlich oder den thomas knedl öffentlich eingeladen dazu mal stellung zu beziehen was er was er damit erreichen will oder was er damit meint kam ja nie was ja und nachdem pantau sebastian dau gesagt hat ich soll vorher fragen habe ich natürlich zum anlass genommen aus meinem atombombenreservoir ja was rauszuholen ja und habe andreas dau ein paar fragen gestellt vorher habe ich mir natürlich noch ein video angeguckt mit ihm da geht dann sinngemäß darum ja bei immobilien ohne hirn passives einkommen höre ich da wieder von ihm finanzielle freiheit ja dann zeigt er sein buch dann redet er wieder über finanzielle freiheit dann zeigt er wieder sein buch ja die leute bitte ich kann man kann ein paar garagen nebenher machen weil es hilft doch nicht dass ich euch als unternehmer und business immobilieninvestoren ausgeben wollen ein paar garagen ja okay im flutzirkus jahr aber hat doch also man es kommt da wird ja immer wieder eine neue sau durchs dorf getrieben wobei ich glaube das macht er schon ein paar tage länger und ich glaube auch dass wenn man das professionell macht da brauchst du aber wirklich mehrere hundert garagen meiner meinung nach um da wirklich vom passiven einkommen finanzieller freiheit zu sprechen ganz ehrlich sebastian kommt mama butter bei die fisch allein mit den garagen wärst du nicht finanziell frei und deswegen bist du ja auch noch in der versicherungsbranche tätig versicherungsbranche und ja wenn ich mir hier angucke da gibt es ja auch ein paar videos wo du mit dem kleinen mexikaner abgebildet bist im thumbnail und mit den anderen ja dann finde ich finde ich eigentlich auch nicht okay wenn du dann sagst du wärst weder warte mal wie hast du geschrieben du bist weder du gehörst weder zum team imoproneur noch zum imokation oder sonst einem dieser clubs weil ich habe ihm geschrieben wir sind im oproneur club gehört meiner meinung nach ja weil wie gesagt auf youtube gibt es ja genug videos ja die zwar immer inhaltlich das gleiche sagen aber gut aber er sagt er gehört nicht zu dem club mit den mit den ganzen leuten ja und dann sagt er auch hier so sachen wie er findet auch nicht schlecht wenn ich thomas knedl kritisiere für seine übertriebene werbung beziehungsweise werbeversprechen danke sebastian 1 zu 0 hätte ich jetzt fast ein punkt für sebastian zwei punkte mittlerweile auch über alexander rauer hast du deine ehrliche meinung gesagt herr rechne ich dir hoch an und einige von denen sind schon lange im immobilien zirkus tätig schreibst du sogar hier selber ja vielleicht wechselst du irgendwann auch mal vom flot zirkus zum immobilien zirkus und du findest es unwürdig ein oliver fischer als fix und flip opa zu bezeichnen damit entwürdigst du menschen ich habe nie im leben gesagt dass oliver fischer ein fix und flip opa ist zeigt mir ein video wo aus meinem mund kommt oliver fischer ist ein fix und flip opa weißt du als nächstes werft ihr mir noch vor ich hätte gesagt die babs ist eine ist eine photoshop oma weißt du also bitte leute wenn ihr sachen da rein interpretiert dann ist das euer problem ja also also bitte oft genug gesagt gute coaches finden meine arbeit gut ob oliver fischer jetzt bis ins letzte detail gut ist oder nicht oder die versprechen die sie da machen hier mit leuten nach vorne zeigen hier hat in zehn monaten 18.000 euro gemacht ja mit fix und flip und dies und das ob das gut ist halte ich persönlich für höchst fragwürdig das sind so einzelfälle das sind wirklich einzelfälle die dann nach vorne gestellt werden um eine große gemeinschaft in coachings zu ziehen die teuer geld bezahlen und unabhängig von coachings sag mal leute wisst ihr eigentlich was ihr mit unserem ruf als investoren macht ja immobilienhaie ich stellt uns als immobilienhaie da wenn denn otto normalverbraucher in youtube reingeht und zieht sich die immokation immokation ist jetzt was da sorry rückzug keine immokation auch gehören auch dazu ja so wie viele andere über die ich schon gesprochen habe die gehören natürlich dazu auch immokation auch allein schon wegen der mieterhöhungsgeschichte aber da haben sie auch gesagt okay es war ein fehler weißt du da haben sie sich wenigstens gemeldet mit geredet das ist ein fehler ist in ordnung leute mit den geht mal als otto normalverbraucher mit der brille eines otto normalverbrauchers eines mieters in youtube rein da da denkst du das sind ja nur noch immobilienhaie unterwegs der eine macht 108.000 euro in zehn monaten der andere will die mieten erhöhen diesen safe der andere hat 30 mehrfamilienhäuser in einem jahr gekauft leute wisst ihr eigentlich was für eine scheiß außendarstellung ihr macht von uns seriösen investoren das ist ja auch der grund warum ich so viele informationen bekomme auch von gestandenen investoren die mir wo ich ja damals im immokation video auch vorgelesen habe e-mails geschrieben haben wo wirklich ausdrücke gefallen sind die ich hier nicht wiederholen will ja über investoren oder möchte gerne investoren schießbudenzauberer was weiß ich was die den die immobilien verkauft haben und haben dann gesehen wie die das nach außen darstellen aber ich drifte gerade vom thema ab ja ich möchte euch noch weiter über die mail berichten also das war dann wie das feedback von sebastian dao und ja jetzt kommen wir zum eigentlichen thema das was ich aus meinem reservoir raus gekramt habe wusstet ihr eigentlich dass sebastian dao auch gold sparpläne verkauft hat sowohl sparpläne als auch physisches gold wusstet ihr das ist ja erstmal nichts verwerfliches dabei ja kann man natürlich machen scheiße ist es nur wenn das zeug was man verkauft hat zumindest bei einem anbieter sich offensichtlich um betrug gehandelt hat ja ihr habt ihr alle den medien entnommen was bei pm los war ja die gold verkauft haben oder gold sparpläne oder auch physisches gold was aber gar nicht da war ja ihr könnt es ja selber bei google suchen da war irgendwie die rede von ich glaube die haben ich sag jetzt mal sinngemäß beispiel 800 kilo gold sag ich mal als beispiel sichergestellt es hätten aber dreieinhalb tonnen sein müssen so ungefähr also jetzt nagt mich nicht auf das gramm oder das kilo fest könnt ihr selber googeln und sebastian dao und seine 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 firma haben privat anlegern dieses zeug verkauft und darauf habe ich ihn angesprochen er wollte ja dass ich ihn vorher anspreche ja und aber er hat ganz offen glaube ich zumindest zumindest hört es sich so an darüber berichtet er sagt als versicherungsmakler hatten wir eine anbindung an die piem ja sondern auch aber nicht nur an piem andere goldhändler auch wir verkaufen meistens meist verkaufen wir gold nur direkt physisch also hast du ein juwelierladen oder was direkt physisch weil wenn das nicht beim händler gelagert ist sondern direkt physisch okay aber egal ja und leider kam es auch zu sparkäufen von mandanten die das bonus gold nutzen wollten und diese erlitten wie du der presse entnehmen kannst einen finanziellen schaden der gesamtschaden läuft sich bei uns im kundenbestand auf 14.000 euro über alle mandanten ja gut er sagt das ist eine gott sei dank ist das nicht die masse ja wo bist du schleich und domino wie war das mit wieder sonntags hat man die besten chancen garagen zu kaufen da predigt er nämlich gerade wer schickt mir hier sowas ja ganz ehrlich ja also der schaden war bei ihm zum glück nicht so hoch ja und das zeigt auch dass er selber so ein betrug auf dem leim gegangen ist sagt er von sich und er wäre wohl selber vor ort gewesen hätte sich den laden angeschaut der geschäftsführer hätte ihm bei der führung auch testate eines wirtschaftsprüfers gezeigt ja ich habe selber dort gold für mich privat gekauft sagt er ja also klang alles plausibel und dass das zeug hat dass die testate gefälscht waren habe ich nicht erkannt warum schreibe ich hier dass er gold für sich privat gekauft hat normalerweise könnte man ja sagen das hat er mir im vertrauen erzählt nein er schreibt auch hier auf seiner homepage meine rückversicherung im bereich meiner vermögenswerte ist ein gewisser gold und silber anteil und dann schreibt er auch ich sehe ich selber achte darauf gold und silber physisch zu kaufen dabei kaufe ich gold in handelsbahnen und silber in münzen schreibt er selber auf seiner homepage nur nicht dass ihr euch wundert ja warum ich darüber rede ist also kein geheimnis und dass das zeug gefälscht war hätte er nicht erkannt ja und da muss ich sagen bin ich ein bisschen zwiegespalten also als ein fachmann aus der offensichtlich versicherungs- und finanzbranche so kann man das ja nennen ja wenn einer auch gold verkauft auch wohl direkt physisch wie ihr hier schreibt da würde ich sagen junge warum hast du dir keine sparpläne gekauft warum hast du dir vor ort physisches gold gekauft aber deinen kunden nicht davon abgeraten oder sich nicht einfach geweigert denen diese sparpläne zu kaufen da muss ich sagen das hinterlässt bei mir persönlich ein geschmäckle ja das hinterlässt bei mir ein geschmäckle hättest du jetzt auch sparpläne gekauft und geld verloren hätte ich gesagt okay aber so wie das hier geschrieben ist wie du das hier schilderst dass du was so offen tust hat das für mich ein geschmäckle so jetzt sagst fragst du hier ob ich dich läutern will das wärst du nein ich will dich nicht läutern ich will dich auch noch teeren und federn ja ja ich hoffe du hast buße getan ja in der kirche warst du bei stuhl bei deinem oberen boss ich meine die kirche ist ja auch mehr alle ja wer mir erzählt die kirche wäre keine institution kein unternehmen würde ich mich schwer wundern also nachdem wir dich dann geteert und gefedert haben ja und über die grenze wieder nach nordkorea rübergeschickt haben das soll jetzt kein beef sein aber ich hoffe du nimmst es mit humor sebastian weil du dich ja so darüber aufgeregt hast dass ich dann über leute über die körperfülle rede und 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 ich meine ich bin auch nicht der schönste guck dir mal die fresse hier an ja ganz ehrlich leute nimmt man stock aus dem arsch bissel spaß gehört auch zu hören wenn einer bissel zugenommen hat und deswegen dann in depression verfällt weil ich das gesagt habe mein gott dann spendier ich mal ein laufband und kann er wieder abnehmen ja also nachdem wir dich dann wieder geteert und nachdem wir dich geteert und gefedert haben und du buße getan hast ja habe ich dich natürlich dann trotzdem noch mal gefragt man so blöd wie ich ja bin habe ich gefragt wie sind denn diese leute mit den sparplänen eigentlich rückversichert ja gibt es irgendwelche versicherungen die da rein treten eintreten dies das hast du gesagt nein leider nicht insolvenzmassen muss man gucken bla 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 also wie gesagt ich persönlich halte das was du mir geschrieben hast so 50 50 aus den eben genannten gründen dass du das nämlich nicht gekauft hast sondern nur andere haben es gekauft deine kunden und da du ja schreibst der verlust wäre jetzt nicht so hoch ja und schreibst mir in deiner zweiten e mail ich frage mich immer ob ich nicht irgendwie besser geprüft haben müsste um das zu vermeiden du kannst mir glauben ich fühle mich immer noch mitschuldig ich habe einen super tipp für dich wie du dich von dieser schuld befreien kannst du bist doch unternehmer finanziell frei hast ein passives einkommen du sitzt daheim auf der toilette ja verrichtest dein geschäft und verdienst doch geld mit passivem einkommen was hältst du davon wenn du deine kunden entschädigst ich meine das war jetzt keine riesen summe wie du sagst naja und für jemanden der über 100 garagen besitzt bücher verkauft und 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 der sollte doch in der lage sein wenn er von sich behauptet ich bin ein sehr christlicher mensch ich bin prediger ja der sollte doch in der lage sein diese kleine summe an seine kunden zurückzuzahlen dazu lade ich dich hier herzlich ein ja und alle anderen die dieses video sehen und sagen hopp der sebastian hat dir vielleicht an einer stelle etwas falsch geschildert oder hat was vergessen oder ich habe einen höheren schaden dann meldet euch bei mir kennt ihr alle meine e mail adresse wenn ich halte ich sie hier noch mal rein ja hier da könnt ihr euch bei mir melden wenn ihr geschädigt seid und dann fragen wir den sebastian mal ob er euch entschädigt ich denke da werden mir viele zustimmen ich denke viele werden das für eine sehr gute idee halten weil es halt noch mal es ist kein großer betrag lieber sebastian du schreibst hier du kannst mir glauben ich fühle mich immer noch mit schuldig befreie dich von der einer schuld befreie dich von den irdischen lastern du weißt auf die andere seite kann man nichts mitnehmen wenn das einer weiß dann du ja wie sagt man das in die sachen dass die kirchenleute befreit euch von denen von den lastern das fleisch ist willig der geist ist schwach und der geist ist willig das fleisch ist schwach was auch immer befreie dich bezahlt die leute aus ja und ich bin auf deinen kommentar hier gespar gespannt unter diesem video wo du jetzt uns allen schreiben wirst und allen mitteilen wirst liebe errol danke du hast mir die lösung gezeigt ja ich muss nicht mal zum vatikanstaat reisen deswegen um dort zu fragen der antichrist der anticoach hat mir die lösung gezeigt ich setze das um schreibt das in die kommentare damit wir alle sehen dass du ein seriöser geschäftsmann bist der wie er schreibt ja geläutert ist und teile uns dann eben mit dass du die leute entschädigt wir freuen uns drauf und an alle alle anderen coaches schön groß wenn ihr wollt dass ich den knopf drücke meldet euch einfach kurz bei mir guck ich mal was ich für aus für euch aus der reservatenkammer raushole in dem sinne ja gold bei